Hallo! Hast du schon einmal dieses Schild am Straßenrand gesehen? Es weist auf die Krötenwanderung hin. Aber warum? Und warum wandern Kröten überhaupt? Was können wir Menschen tun, um deren Wanderung nicht zu gefährden? All das erfährst du in diesem Video. Lurche, also Frösche, Kröten, Unken, aber auch Molche und Salamander, paaren sich und leichen in Tümpeln und Teichen. Das bedeutet, dass sie dort ihre Eier ablegen. In diesen Gewässern entwickeln sich die geschlüpften Larven zu erwachsenen Lurchen, die anschließend das Wasser verlassen und ihr Leben an Land beginnen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Das ist die Zensuren ohne großen Aufwand zu versenmärken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.